In Hawaii ist der Vulkan Kilauea ausgebrochen. Auf der Insel Big Island bewegen sich Lavaströme auf Wohngebiete zu. Die Behörden haben erste Evakuierungen angeordnet. Das Gebiet wird bereits seit Tagen von Erdstößen erschüttert. Mit wiederholten Ausbrüchen in den letzten Jahren zählt der Kilauea zu den aktivsten Vulkanen in der Region.